MÜP MÜP, und da sind wir auch wieder Da hast du euch das Vorteil gesprochen Das weiß ich, ist mir doch scheißegal Na, ich war ein MÜP MÜP So, so Nein, MÜP MÜP Oh Mann Was'n? Äh, MÜP MÜP? Eher ein Plump Äh, bei, kaputtgegangen und so Wo bin ich denn hier rausgekommen? Oh, das ist nicht gut Noch nirgends Jürgen, das ist, äh, boah Lalalalalala, lalalalalala Loll, irgendwo buddelt du dich gerade lang, ich höre dir Ja, hier ist Gravel Ja, da ist ein ganzes Rennikroll, hii Aber jetzt kann ich in ein Haus gehen Und du kannst nichts dagegen machen Ich find das total cool Ich muss brauchen irgendwas deine Werkwünsche Nein, du hast nicht Rost, die hat sich in der Haltbarkeit kaputt gemacht heute, als überflüssigert wieder mein Keller Ahhhh Ich werde weggetrieben und meine Sticks werden auch weggetrieben Nein Äh Ha, ich habe Eisen gefunden Ausfindere aber super, fährt nicht mehr viel, dann haben wir die 200 Eier, die sind voll Pickaxe Nein, Faden Pickaxe Okay Okay Und das weg und dann nehmen wir mal den Kurbelstone in die Hand Loll, da hat nämlich eine Spinne getriggert, aber sie will nicht So, sie kommt ja nicht durch Nee Jetzt habe ich sie über meinem Pool Der YouTube-Gründer persönlich hatte in seinem ersten Video, also mei mir jetzt so, hat er geschrieben Why the fuck do I have to sign in and to Google Plus to write a comment? YouTube-Gründer persönlich Hm Na, hätte ich ihm noch zu gern geantwortet, weil der fuck hast du dein YouTube verkauft, du Spack So, ist mir egal, ich geh die scheiß Spinne täten Also ich würde sagen, damit das gerecht aufgeteilt ist, sponsorst du 25 Hoppa und ich 25 Hoppa Also du sponsorst dann mal 49 Hoppa und ich sponsor ein Hoppa und die zwei Gebär in die vier Küsten Am Arsch Du 25, ich 25 und ich übernehme dann Nee, ich habe das größere Anwesen Und ich übernehme dann sogar noch die Hoppa für die einzelnen Seiten, wo man die Items reinlegt und so Sind dann auch jeweils zum Archiere Okay, ich kaufe dir die ganzen Chests und du farmst das Eisen Junge Ne Hallo, weiß ich wie viele Chests das denn? Ne Das sind 50 Chests plus 4 Ach stimmt, da brauchen wir noch die Chests dafür Aha Trotzdem 25, äh, hätte ich gerne das Eisen für 25 Hoppa Okay, mein letztes Angebot, 20 Hoppa von mir und dafür die restlichen Kisten Sehr gut Deal Ach gut Komm ich noch gut da weg Willst du das Eisen schon gleich haben oder willst du das nächste Folge? Warte mal, 100 Ja, müssten 100 sein Ich habe keinen Plan, ich muss erst mal Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Komm aus, passt aus Ah, nein, da kommt der Sandstone rein Und ein bisschen gelber Clay, aber ich habe dafür keinen Platz mehr, ich komme die eine mal weg Okay Oh, Jucken am Ohr Okay, weg Also das Ohr ist weg Oh mein Gott Ich habe es gerade weggeschickt Achso, wann kommt es wieder? Nach der Aufnahme, wenn es aufgehört hat sie Jucken Dann muss ich mich jetzt wieder anschrauben Oh, das ist ärgerlich Oh, das ist die Türgeräte und allem Achso Ähm Ich bin froh, dass meine Brille nicht so... Wow Ach genau, ich war dabei, ähm Mit dem Äh, diesen Kommentar Expandieren, habe ich dir schon erzählt Ähm, das ist... Es fällt auf, wenn... Da steht... Äh... Click expand this comment Und du bist aber... YouTube ist auf Deutsch eingestellt, also... Das fällt dann schon auf Aber, ähm... Ansonsten muss man da schon... Aufpassen Weil da kann was schiefgehen You don't say Ja Und, ähm... So, warte mal... Wie war das, du... Sponsorst... 20... Plus die Küsten Das heißt, ich krieg 40 Küsten von dir Okay Okay, vergiss das mit den Küsten ein, Schatz Muss gucken, wann ich die zusammenkrieg Ich hoffe, die brauchst du die jetzt noch nicht Ich kann momentan... Äh, warte Äh, chest hier hin Ich kann momentan... Und, äh... 24 Hopper, Mann Das sind... Äh... Warte mal... Sechs zu wenig Warte, warte... Moment mal... Du gibst 20 Das heißt, ich... Wir brauchen... Oh Gott Also, 25 Hopper 50 Hopper Brauchen wir Du gibst 20 Das heißt, ich muss 30 Hopper machen Mein Gott, wieso nicht dauert das so lange zum Nachdenken Wow, Mann, ey, Alter 1, 2, 3, 4, 5 Das ist spät 1, 2, 3, 4, 5 Blub, und dann kommt das dort hin Würde mal Zeit, dass ich jetzt hingekriegt hab Du hast drüber Womit soll ich schon warten... Ah, ich hab keine Pickaxe mehr Jetzt weiß ich mir, wo dich warten soll Ich hab auch keine Pickaxe mehr Und ich... Wollte mir gerade wieder eine Eisen-Pickaxe machen Aber ich bin jetzt so geizig Ich hab schon Stone-Pickaxes Und guck dann damit durch die Gegend So... Ist dies so? Ja Schaufel kaputt Hand weiter Ich... Ah, ich wollte noch meine... Schafe binden Dann tu dies Ich hab nämlich einen, äh... Sklitzbohnen hergefunden Als ich Eisen fahren konnte Dann tu dies Ich hab nämlich einen Mhm... Ah... Wo würde ich mir so gesagt haben? Ah... Ich bin... Und jetzt... Ich bin, äh... Wollte ich mir so gesagt haben Natürlich Wollte ich mir so gesagt haben Ich kann dir schon mal 5 Kisten bringen Boah, ich hab... Kisten kann ich auch genug Nein, ich muss ja die Kisten stellen So steht es in unserem Vertrag Hahaha, jetzt egal, das steht in keinem Vertrag Wir haben nur Menschen abgesprochen, dass ich was liefern muss Also muss ich nichts liefern, mua Hahahaha Halt die Klappe Ah, setzt den Vertrag erstmal schriftlich auf Hahahaha Feuer her, mach ich hier gar nix, ne? Das wird mir mein Anwalt sogar bestätigen Ich hab Minecraft Jura studiert Ach, ist das so? Ja Mein Jura Dein Jura Mein Jura Alter, ich hab mein Jura studiert Ach, nur deins, ja nur meins, nicht deins Was ist denn, das wird mich denn schon dein Jura? Ich weiß nicht, mit ner Stein Pickaxe Slipmine ist irgendwie scheiß You don't say Der, 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 der... Wenn der Dia Pickaxe auf mit Efficiency 5 und Unpickling 3 ist viel witziger Und da noch n holes 2 Beacon Rrrrrr richtig aber wir sind noch nicht so weit NOCH nicht NOCH NICHT NOoooooon leider nicht was bei diesem Blog gab ok das schaut ja schonmal gut aus auch wenn ich keinen Plan habe, wie ich es hier genau umgestalten werde und so und egal Let's have a gate for another one. Hat jemand in den Eimer? Spür nötig in Imer. Mach doch einen! Ich nicht genug Eisen. Dann... dann werde zu mir eisen ja er meinen Lager ist zu tun abhängig zu lassen zu schütteln unterbrechen da ist ein Eimer zu den Kanzler haben denke ich mal er ist nach dem dann hoffen wir dies Ja, aber er muss ja noch einmal schon sein, ich hab ja die Dinge zu fahren gemacht Den geh ich mir doch mal kurz ausleihen Ich brauche es nur dir einmal Ja, wot'n sucht Was weiß ich, ich weiß ja noch so ein Drohenschutzplugin reinmachen, sobald wie Craft Bucket Aber du bei mir nicht mehr klauen kannst, ich wusste es doch Ja, ich muss mich selbst dafür abhalten Eimer, Eimer, ich hab mir aber drei geliehen Redstone, wir sind gerettet Ja, wird's zu alt Aber ich hab Redstone Dann ist das halt so Oh, Amadeus Jetzt kraxel ich hier an seiner Ravine vorbei, nur um zwei verdammte Eisen absurde auf der anderen Seite des Neunweitsch Pcht Dü, 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 dü… So So. Gehen wir den Pool mal auffüllen. Ah, ich kann den Pool noch gar nicht auffüllen. Okay, machen wir den einfach mal tiefer, tiefer, tiefer. Ähm. Ach so, genau. Ich hab nur gerade überlegt, was noch so ansteht, was ich noch erledigen muss. Ich muss noch... Äh. So viel muss man noch... ...fertig machen. Dau, das wäre nicht schlecht, wenn du das tun würdest. Ja. Weil sonst... Weil sonst... Weil sonst... Was? Was hat das jetzt mit euch Ideen zu tun? Na, du sagst ja gerade eben, weil sonst... Und dann kam das mit euch Ideen. Und dann kam das mit euch. Ähm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, du hast ein XP. Okay. Suddle. Ähm. Diesen brauche ich. Ich hab eine quietschgelbe Badwanne. Und die Folge ist schon wieder rum. Ich hab ein Knall... ...gelbes... ...swimming... ...haus... ...pool... ...gedöns. Aber das geht schlecht bei mir. Gut, dann... ...sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüüüüss.